Voraussichtlich in knapp einem Jahr erscheint der Landwirtschaftssimulator 19. Hier ist die Zeit also, eine kleine Wunschliste zu erstellen mit Dingen, die ich im LS19 sehen will. Und wenn ihr ähnliche Ideen oder komplett andere Vorschläge habt, schreibt die gern in die Kommentare und wenn euch das Video gefällt, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Auf Platz 10 die Grafik. Der Ansatz der Entwickler, das Spiel auf möglichst vielen Rechnern zum Laufen zu bringen, ist ja durchaus lobenswert. Und trotz dieses Ansatzes ist die Grafik in Teilen ja auch gar nicht so schlecht. Insbesondere die Traktormodelle sehen wirklich gut aus. Aber bei der kompletten Hintergrundgrafik dürfte im LS19 noch eine Schippe draufgelegt werden. Coole Bäume, Wehen des Gras, Sonneneffekte und andere Dinge würden das Spiel grafisch extrem aufwerten. Das muss nicht direkt auf dem Niveau der Unreal Engine sein, aber ein erster Schritt in diese Richtung täte dem Spiel sicher gut. Auf Platz 9 die Lizenzen. Der Landwirtschaftssimulator hat sich zwar über die Jahre viele Lizenzen, diverser Landmaschinenhersteller sichern können, einige wichtige fehlen aber noch immer. Dazu zählen beispielsweise die zwei großen Marken Claas und John Deere, deren Modelle bislang nur durch Mods im LS spielbar sind. Das reicht zwar prinzipiell, schöner wär's trotzdem, wenn diese Marken im neuen LS auch direkt von Beginn an offiziell mit an Bord wären. Weiter geht's mit Platz 8. Richtig was reißen konnte Entwickler Giants im LS17 mit den neuen Sounds der Maschinen. Die Traktoren haben seit dem neuesten Teil endlich fulminante Motorengeräusche. Was jetzt noch fehlt sind tolle Geräusche für die Umgebung. Für den LS19 wäre es daher wünschenswert, dass auch die Umwelt mit tollen Sounds ausgestattet wird. Bienensummen auf den Wiesen, Motorsounds der KI-Autos, plaudernde Menschen in der Stadt und vor allen Dingen verschiedene Sounds während des Fahrens über Gras, den Schotter, das Maisfeld oder die Straße. All das wünsche ich mir im LS19. Neben dem Sound gibt es aber auch wahnsinnig viele Details, die dem Landwirtschaftssimulator bislang fehlten oder unschön gelöst waren. Und darum geht's bei Platz 7. An heißen Tagen wär's beispielsweise super, wenn man die Felder auch manuell bewässern könnte und in Traktoren auch mal Hebel, Fenster und Türen bedienen könnte. Für den Multiplayer wäre zudem ein Beifahrerskript keine schlechte Sache und für die Realismusliebhaber eine Einbindung der vier Jahreszeiten eine tolle Verbesserung. Außerdem dürfte es im LS ruhig auch mal Nachbarbauern geben, die ihre Felder bearbeiten und Stadtbewohner, die nicht nur ihre Wege abgehen, sondern auch mal länger mit einem reden. Und dann wäre da noch der Multiplayer, dessen Synchronisationszeiten sich verringern müssen und der für mehr Spieler geöffnet werden sollte. Die Liste an Kleinigkeiten ließe sich lange weiterführen und wenn immerhin ein paar von ihnen ihren Weg in einen neuen Teil des Landwirtschaftssimulators finden würden, wäre schon viel gewonnen. Weiter geht's mit Platz 6. Bereits im LS 17 hieß es, man habe den Helfer verbessert. Und tatsächlich kann der Helfer Feldarbeiten teils besser erledigen, wendet geschickter und kennt mehr Manöver. Nur Stroh kann der Helfer noch immer nicht einsammeln, er kann kein Gras mähen, keine Abfahrdienste zum Hofsilo oder zu Verkaufsstellen übernehmen und auch nicht den Mähdrescher automatisch abtanken. Ich erwarte kein Kurzplay im LS 19. Aber eine abgespeckte Version des Kurzplaymods, die den Helfer zumindest etwas intelligenter macht und mehr Aufgaben übernehmen lässt, wäre schon angebracht im nächsten Landwirtschaftssimulator. Auf Platz 5 der dynamische Boden. Schon seit Jahren wünschen sich Fans einen dynamischen Boden und schon seit Jahren führt der Entwickler diverse Gründe an, wieso sich das so einfach nicht umsetzen lässt. Es soll ja gar keine Schlamm-Simulation wie bei Spin-Tires sein, aber so ein bisschen Polygon-Verformung am Boden wäre schon was Feines. Dann würde man auf dem Feld endlich Unebenheiten spüren, sich vielleicht auch mal festfahren können und die Bodenbearbeitung sähe auch ganz anders aus. Auch wenn es offenbar schwierig ist, das umzusetzen, wäre das ein Wunsch von mir und vielen anderen LS-Spielern für den LS 19. Nun zu Platz 4. Der letzte Teil der LS-Serie hat Schweine als Nutztiere auf dem eigenen Bauernhof eingeführt. Toll wäre es, wenn im nächsten Teil vielleicht noch Gänse oder Ziegen hinzukämen und sich die Tierprodukte auch weiterverarbeiten ließen. So eine Molkerei mit Käse- und Butterherstellung würde sich auf dem eigenen Hof mit Sicherheit gut machen. Auf Platz 3. Die Vielfalt des Bauernalltags. Im Landwirtschaftssimulator fehlen mir bisher einige Facetten des Bauernlebens. Wünschen würde ich mir für den LS 19, dass man auf dem Hof den eigenen Anhänger mit Gemüse bestücken könnte, einen Traktor davor spannen könnte und dann die Waren auf dem Wochenmarkt verkaufen lassen könnte. Oder dass man einen eigenen Hofladen hätte, in dem man selbst die Preise bestimmen könnte. Zudem wäre es toll, wenn ich hin und wieder auch kaputte Maschinen reparieren müsste, den Hof säubern könnte, Mitarbeiter dauerhaft einstellen könnte oder ähnliche Tätigkeiten erledigen müsste, die den Alltag etwas abwechslungsreicher machen und eben auch zum Leben eines Landwirts gehören. Der vorletzte Wunsch, mehr Europa im LS. Wie fast alle großen Simulatoren wurde auch der Landwirtschaftssimulator im Laufe der letzten Jahre immer internationaler. Die Standard LS 17 Map war in amerikanischem Stil gebaut. Später kam der Big Bud DLC mit Traktoren, die für die riesigen Felder Amerikas gemacht waren und jüngst erschien das Platinum Add-on mit einer südamerikanischen Map. Das ist auch alles gar nicht schlimm. Nur würde ich mir wünschen, dass für den LS 19 wieder eine mitteleuropäische Map mitgeliefert wird und später verstärkt mitteleuropäische Fahrzeuge, Fruchtsorten und Geräte erscheinen werden. Mein größter Wunsch aber ist, gebt dem Landwirtschaftssimulator endlich neue Fruchtsorten und Wirtschaftszweige. Wie cool wäre es, im Landwirtschaftssimulator Äpfel und Birnen ernten und zu Saft verarbeiten zu können. Ich würde gerne Erdbeeren verkaufen, Weintrauben ernten und Traubensaft herstellen können. Würde liebend gerne Zwiebeln, Möhren, Radieschen, Paprika, Gurken, Rotkohl, Bohnen, Rosenkohl, Petersilie, Schnittlauch, Dill, Spinat, Salat und noch so viel mehr anpflanzen, ernten und zu tollen Dingen weiterverarbeiten können. Bisher kann man Getreide, Kartoffeln, Rüben und Co. nur ernten und einlagern oder an den Verkaufsstellen zu Geld machen. Viel interessanter wäre es aber, wenn man das Getreide zu Brot, die Kartoffeln zu Pommes und die Rüben zu Zucker machen könnte oder wenigstens zu den entsprechenden Werken bringen könnte. Ich verlange ja gar nicht, dass der LS19 mit 300 Frucht- und Gemüsesorten daherkommt, aber wenn wenigstens ein bisschen Obst, ein paar neue Gemüsesorten und wenige Wirtschaftszweige dabei wären, wäre ich bereits total glücklich. Das war meine Wunschliste für den Landwirtschaftssimulator 19. Wenn ihr ähnliche oder komplett andere Vorstellungen zum LS19 habt, schreibt das gerne in die Kommentare, gerne auch sehr ausführlich. Ich bin schon richtig gespannt auf eure Ideen und ein Video mit allen Dingen, die keinesfalls in den LS19 sollen, gibt's beim Sachsen-Lettsplayer. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schaut auch in den nächsten Videos wieder vorbei. Bis dahin sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen.